Willkommen zurück zu TTT, wir zocken hier im Airbus und zwar mit Dalu, Goro, Grancy Bency, Kundran, Lovius, Nefi, Nils, Tau Tau, Fisk und Julie Wörsel. Das war's, hallo, 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 grüß dich. Hey, Nifi, Nifi. Hier spann dein Mord statt, es ist... Nifi kommt im Eingangsraum. Ich will ja nicht sagen, aber egal. War es Tau Tau? Nein. Aber es war Nils, oder? Was? Wer war's? Guten Tag, draußen bleiben, wir sind kontaminiert. Hey! Ah! Ja, Lovius töten. Ah, bist jetzt unterwegs. Schon jeder tot? Ne, ne? Ne, alle Trader noch. Ach so, ja, ihr kriegt mich eh nicht. Ey, Lovius hängt in der Decke. Mach mal kill oder so. Ja, ich weiß, deswegen ja. Ich bin schon die ganze Zeit hier verwackt. Wie soll man hier herkommen? Wie soll man hier herkommen? Wo sind sie denn? Noch nicht da. Bist du am Spawn, oder was? Ja, er hat den Spawn-Bug in der Decke. Jetzt seh ich ihn. Ne, was war das? Dingskill? Ja, warte, hier. In die Konsole, Lobbius. Ne, ne, in die Konsole. Er ist genau über euch, Taro. Genau über euch in der Decke. Ja, das bringt aber nix. Das geht ja nicht durch. Warte, ich kann auch eine Bombe legen. Warte, ich brauche mehr Angaben. Beim Spawn. Ja, bin ich. Der ist aber auch ganz schön groß. Anders schiebt er genau die Decke. Schiebt er in der Decke. Da drüber. Ja, ich bin hier zwischen der Tür. Ich bin hier. Oh, Def! Hat nicht gereicht. Der sollte reichen. Hier? Okay. Hallo auch an meine Zuschauer. Ich bin hier. Oh, Def! Hat nicht gereicht. Du sagst, ich war ein Schwester. Ich dreh mich rum, aber... Was hier mit der Tür, Alter? Ich... Ich finde das... Die Tür! Alter, die Tür! Ja, die Türsache im Ösefakt. Dann bin geblieben. Ich fand aber die Einladung so toll. Ich wollte eigentlich auch Hallo sagen. So, hat jetzt einer den Spawn-Bug? Ich bin da. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Oh, Mann! Es gibt zu wenig Diegels. Der ist im 16. Aber geil, dass erst ich herankam und dann Goro. Ja. Lol. Ich weiß leider schon. Dann steht Gwenz da. Schau, dass Gwenz schon was gesagt hat. Ich möchte ein Wein haben. Ja. Ich wollte die Einleitung ohne dich. Ich setz mich jetzt ans Fenster. So wie sich's gehört. Nils! 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 Meine Nils! Vorsicht! Das Ding ist aktiv! Goro! Alter, Goro blockt mich vor allem. Hau, schau! Oh nein! Das war's! Ey, Hilfe! Wenn ich in den Job reinrolle, bin ich tot! Das ist auch schlimm, Lovius! Ah, zwei Schaden genommen! Alter, 15 Schaden! Goro, bitte! Ey, ich hab voll den Bug! Ey, ich bin raus! Ihr sitzt drüben! Ihr seid ja auch alle draußen! Was? Der Nächste! Was sagt ihr denn da alle? Ey, Lovius! Ich flieg runter! Ich bin raus! Leute, da läuft ein Killer rum und ich bin hier gestunnt! Hallo! Ich bin tot! Ich hab mich hier gerettet! Der Traitor hat den Raum rein! Alter, wie krass ist die Tür? Genau! Hey! Ich bin rein! Ich bin auch raus! Nein! Wir sind Toro! Wie krass ist denn die Tür? Wie krass ist die Tür denn diesmal? Wir sind alle rau, Alter! Wie viele sind hier tot? Wie lebt denn jetzt noch Lovius und ich lebe auch noch? Ich seh nur eine Person rumlaufen! Nee, warte da! Bei der Stiege kommt noch einer! Bei der Stiege ist auch einer! Bei der Stiege ist auch einer! Ich komm... Warum komm ich nicht wieder rein? Wie wär's mit springen? Mach hier! Nein! Ah! 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 Oh mein Gott! Hoh is er jetzt hin? Du übel! Woah! Nicht! Oh mein Gott! Wo komm er denn ne? Ist ja, da habt ihr nie angemacht, da Als ob der Airbus geupdatet wurde. Normalerweise kommt man daran vorbeigeben. Ich war grad so gut dabei. Echt. Ich war grad so gut dabei. Echt. Ich war grad so gut dabei. Echt. Aber ey, das ist wie Nils. Ja. Ihr seid schwächer geworden in dem Weich. Weil ihr nicht mehr zu mir seid. Ah, hier brennt's. Es brennt Scheiße. Es brennt. Wir sind hier eingesperrt. Ich hab keinen Löscher oder so. Nein. Ich hab keinen Löscher oder so. Kam bestimmt komisch. Gaming. Was will er? Ja, keine Ahnung. Alter. Wo ist das Ding? Ich hab's in dich reingehauen. Jetzt. Ich hab's in die E-Forelle. Alter. Komm, wir töten jetzt wen. Lass Dalu töten. Warte, warte, ich nehm mir auch noch eine mit. Oh, ich nehm mir nur Orange mit. Das ist eine kleine Melone. Gaming. Eine Honigmelone. Da ist er. Wer hat das getan? Nils ist es auch. Hilfe, Kundran, Nils ist es. Das ist Obst. Kundran, mach doch was. Dalu ist es. Dalu ist es. Der kriegt jetzt einen legal Headshot. Wo ist sie denn? Nein, Dalu ist auf Dalu. Achso. Tautau auch, alle drei. Hey, Dalu lebt wieder! Oh, war die tot. Tautau hat, hä? Tautau hat grad auf Dalu geschossen. Gaming. Wieso war das jetzt Buster? Achso. Okay. Ja, ich verstehe. Das war ein Dead Ringer. Hä? Oder hat der den Dead Ringer? Nein, er hat jetzt aufgesammelt. Ich sterbe. Das ist zu hoch für mich. Oder nicht. Hä? Ist denn jetzt Goro bei der? Nein, der ist auch... Mann. Fisk! Lobius. Hä? Ich glaube es ist Lovis. Wieso? Hast du grad auf mich geschossen? Nein. Ich hab noch jemand... Ich hab Dautau getötet. Mann. Dann hab ich ja grad einen Inno getötet. Mann. Bist du Traitor und verarscht uns gerade? Da! 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 Hey! Hallo! Bescheuert? Da! Das andere hinten. Ja! Ihr seid so fertig. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Geh weg! Nein! Oh! Best round ever! Oh! For good gaming! My goal! Das andere hinten. Und der schießt auf mich. Der ist da. Nur eine Eiffel. Ich hab ja... Ich stand ja Wandern Ende und dann hab ich doch gehört da hinten. Also dreh ich mich um und schießt. Dafür hab ich dir ne blaue Wohne gezogen. So. Schottlund! Ist das? Weg so! Die Eifen. Schnell! Schottlund! Schottlund! Danach fragen immer die Traitor. Release the Disco. Release the Disco. In the smoke. Oh fuck. Hier ist mein Cockloch. Schottlund. 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 Wow. Wow. Ja, irgendwas hat weh getan. Mit Nils. Knallt mich ab. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wo komm ich jetzt hier raus? Da, Luca. Oh Bossa. Ungemütlichkeiten. Oh Bossa. Ungemütlichkeiten. Das ist eine Einladung. Komm hier nicht raus. Die beiden betten sie wieder. Hä? Alles so klein hier. Ja. Ja. Ich hab faith Goro. Mach keinen Scheiß. Oh! Au! War das für ein Blumentopf? Ne, die Mikrowelle auf meinem Kopf. Danke. Ey Dalu. Bossa. Warum wartest du mich erschießen? Was möchtest du mich denn haben? Weil ich auch mal wen töten will. Du bist Detektiv, du Mungo. Boah. Alter. Da kam aber auch voll was anderes durch. Tautop freizulabschuss. Pischro, bist du. Schau nach Dalu's C4 aus Schau. Geht auf jeden Fall ein guter Leg hier durch. Magnetostick is real, Leute. Ich habe ihn. Ich habe ihn. Au, 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 au. Ich habe hins in der Hand. Ich werde ihn benutzen. Tautop, warum bist du hurt? Ja, weil der mich mit der Mikrowelle gekickt hat. Oh, sorry. Was ist denn los, ey? Was ist denn los, ey? Goro hat ne äh... C4. Ne, Biers. Wollte mich erschießen. Ich hab' nicht geschossen. Ich hab' noch volle Munition. Ne, hab' ich gar nicht, weil ich grad nen Bluthoff geschossen hab. Mach' dir hier drin, alle. Oh, oh. Das wäre nämlich gelogen. Ich hab' fallen lassen lassen. Ich hab' fallen lassen lassen. Lass'n Insti weg. Ey, du verfolgst mich. Oh, Nils hat'n Insti gedroppt. Schönen Turtles hat er geworfen. Oh nein. Nils hat ne Schillock geworfen. Ne Schillock. Ne Schillock. Ne Schillock. Schillock. Goro hat sowas von geschockt. Er hat jetzt hier wieder ein 1 an Goro getanzt. Knall ihn ab. Knall ihn ab. Ja, tschüss Nils. Ne. Leute, es ist Goro. Dannu. Ist das normal, dass der Fahrstuhl rummacht? Es ist Goro. Da Schillock hefte nicht mehr, ey. Nach 6 Uhr und folgen tanzen immer noch gleich. Und du kennst es noch. Mach' mal Inno-Versammlung hier unten. Wo bist du denn? Da bist du. Da bist du. Da bist du. Sie verfolgt mich. Leute. Ey, jetzt hat jemand neppisch. Sehr gut gemacht, Goro. Wie hast du das angestellt? Ich war die ganze Zeit da. Ich weiß es nicht. Da ist Goro. Goro hat mich getötet. Ich hab dich nicht getötet. Kannst du da noch reden? Wo geht was ab hier? Hä, wo geht was ab? Jetzt reicht's Goro. Jetzt tötet ich dich doch. War das Ding da? Nee, sie ist es auch. Juli andersrum. Juli. Lauf Juli nicht. Ahhhh. Ahhhh. Schuss doch auf! Den neppisch! Oh. Wir müssen jetzt mal shoppen. Moment. Fisk, töte ihn! Wo? Wer? Wer? Ja, ja. Kommt ja nicht. Jag ihn! Oh. Er muss uns jagen. Ich mach' hier ja gar nichts. Schlägt man hier ein. Ist das Ding noch drin? Leiß ihn an. Huh? Schnapp ihn dir. Vorsicht. Bodychecks. Scheisschen. Bodycheck war sehr fiktiv gegen mich. Facecheckländer. Wieso fährt der denn jetzt hoch, ey? Wer hat den Fahrstuhl gebucht? Ich. Oh, Lobnis. Denk dran, Lobios. Du musst ihn abknallen. Ich knall ihn eh. Ja. Es lebt ja auch nur noch Nephi. Ja. Hau halt ab. Pass mich hier allein. Zurück. Was war das denn? Versteck dich einfach, Lobios. Fucking Kröten. Ist es auch nach unten gegangen? Voll los. Der dauert so ewig kalt. Ja, und der fährt auch überhaupt nicht dahin, wo man hin will. Das stimmt. Ich fahr einfach ein bisschen nach unten. Ach, der Fahrstuhl, ey. Wie toll. Komm ich nicht mehr raus raus. Kann ich verarschen? Doch, so. Ach, Leute. Wer ist jetzt noch ne Runde Fahrstuhl, oder? Hallo? Unten ist alles zu, Lobios. Bringt nichts. Wow. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Jetzt lauf ich jetzt zum zweiten Mal an, damit ich hier rauskomme. Oh, da ist ein Frösch hier hin. Ja, springt wieder hinterher. Wo ist er denn? Lauf nochmal zurück. Immer gestorben. Immer gestorben. Boah. Ja, spring mich halt an, du scheiße. Wenn du siehst, das ist schnell. Ah, ich bin so scheiße gerade. Oh, wie ist das? Ja, sauber. What? Lobios, fang! Was, ich bin schon tot. Du stehst da doch. Haha, Fade. Haha, Fade. Lecker. Ich hatte selten. Ach, Daniel. Schieß doch auf Milken. Ja, bei Judy weiß man nie, ob sie enttöten will, oder ob sie einfach nur ein Traitor. Ja, sie hat ja im ganzen Magazin in die Wand geschossen. Ja, ich hatte die Scheiße im 16. Die ist nicht gut zum 16. Weil ich Fade hatte, habe ich doch gesagt. Los, wer hat denn die Skam? Achtung, die Skam. Los, alle die Skam, alle Brandgarne hatten den Hauptraum. Nein! A-Gebiet. Nein, die werden sterben. Geh A-Gebiet. Geh A-Gebiet. Boah, wer hat hier so gebläht? Oh, guck mal, wie die sich da... Boah. Good Gang? Good Gang? Good Gang? Wer ist denn? Good Gang? Good Gang. Wir gehen demnächst auch auf Tour. Au! Ah, die Schaden hier! Wer beschadet immer? Es war Nils hat die Dingens... Voll fisch. Dalu hat das... Ey, ich werd schon wieder angeschossen. Alter, der mit der Huge Raffi raus. Ey, wer hat jetzt getötet? Nefias! Quatsch! Steht doch im Chat, Trader! Steht doch im Chat, Mann! Steht im Chat, ist mir doch egal! Wo ist er? Mir doch egal! Wo ist Nifi denn? Ja, wo ist er? Der versteckt sich wahrscheinlich irgendwo unten. Geht mal weg hier, Leute! Wer ist da hinten? Grunde da. Ey, also ihr lagt doch alle zusammen. Alter, Lovius, das geht leider nicht. D-D-D-D-D-D-D-D. Hallo ey! Lobius, ey! Ich tof mir den Stallod! Ich tof mir den Stallod! Ach so, wo denn? Wo ist er denn? Es ist weg! Nefias ist eh immer unten, oder? Jetzt... Wahrscheinlich! Ich bin nicht unten, glaube ich! Kein Wort, ey! Wenn Lobius jetzt stirbt, dann ist es da! Ja, echt! Lobius ist glaube ich schon tot! Doch, Daniel ist nicht tot! Alter! Du hast das Ding ausgelöst! Nein, ich hab überhaupt nicht ausgelöst! Hast du es auf einer anderen Seite? Fisk oder Grants gesagt! Ich hab erst Grants gesagt, weil ich dachte, du rennst mir hinterher, aber Fisk steht hinter mir! Ja, Nefi! Wer lebt denn überhaupt noch? Hat leider nicht so geklappt, glaube ich! Ne, aber doch ging ganz gut! Die ganze Version hatte so einen kleinen Plan... Ich bin der hier im Hauptraum halt, Mitch, hallo! Der mir nicht traut! Du musst es sein! Wieso muss ich das sein? Wieso muss ich das dann eigentlich sein? Weil, wer von euch drei noch inno ist, müsste ja theoretisch die anderen beiden abschieben werden können! Hey! Hahahaha! 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 Töte mich doch auch noch, Fisk! Ich dachte, ich dachte kurz so, hä? Das kann ja sein, dass er jetzt... Hahahaha! Hahahaha! Achso! Hahahaha! 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 Ich will auch mal shotgunnen! Geht alle wegschauen! Hahahaha! Hahahaha! Ich will eine Waffelsammelchen! Ich will noch eine Pizza! Ich will noch eine Pizza! Ich weiß es jetzt! Du hast du nicht ausgerastet, ohne was anderes! Ja, echt! Eben! Ja, ja! Die haben die Stimme gewechselt von dem... Die haben einfach nur diesen 1 Slank ausgetauscht! Das ist dasselbe Video, nur mit einer anderen Stimme! Er sagt nicht mehr, ich will noch eine Pizza! Und jetzt ist es, ich will noch eine Pizza! Ach, das ist voll dumm jetzt! Ich will noch Pizza! Passt gar nicht! Also, die alte Stimme war viel Geld, damit haben die auch viel mehr verkauft, glaub ich! Ja, die Töten nun geschossen vom Trader! Leute, habt ihr eigentlich nur am Samstag schon was vor? Ja. Okay, dann kann man... Okay! Okay! Dann haben wir noch ne Plasma, ey! Vorbei! Hä, man kann das kaputt machen? Das wusste ich nicht! Schon lange kreuzten. Guck mal, Nils! Alter! Ich seh'n nicht! Könnt ihr alle kommen! Zum Erbogion! Die Super-Slam! Ne ganzen? Ich glaub, du machst das andere nicht. Okay! Nice, John! Nice, John-Boy! Ey, ey, Juli! Ja? Geh weg mit deinem Mikro-Wenn, ey! Vorhin wurde übrigens Goro ganz oft geschrien. Wolltest du das da noch? Nein, ich hab dringend nicht. Ja, doch einer gesüffelt gerade, oder? GORO! Goro ist es doch auch! Er wurde gesüffelt! Ach, der hat down! Da hat er was getrümmt! Renn in der Hölle! Renn in der Hölle! Renn in der Hölle! Ich hab Fissen gesündet! Hä? Ich hab keinen gesündet! Nee, war ja klar! Boah! Der hat eine gute Rückwärtssaltung gemacht! Das war'n Fehler! Das war'n Fehler! Das war'n Fehler! Der war einfach von vornherein scheiße! Release die Discourse! Ich wollte den Spruchrat machen und dann seid ihr alle weggegangen und dann konnte ich die nicht mehr sehen ohne zu zünden! Wer fängt die Huge? Ich hab'n Geschenk für euch! Ab diesem Samstag schon was vor! Ey! Lass mich durch! Okay! Spramt! Juli weg! Spramt! Ohoho! Der blockt sich ja wieder! Und dann John Cena immer noch aufgetreten! Oh Gott! Zoro ist immer noch im Hauptraum, Leute! Wir können ihn direkt am Anfang töten! Ey, da ist noch jemand! Oh! Juli ist im Feuer! Ich auch! Nein, lass mich raus! Ich bin tot! Lass mich raus! Aus! Ey, wer kann mich nicht bewegen hier! Echt, was ist denn jetzt?! Juli ist tot! Die ist tot! Wannsinnig! Hast du geschossen? Ne! Nefi hat mich angeschossen! Musst du! Da komm Bibi! Ich hab nur was gleich! Ich hab... Jawoll! Das ist voll gut! Das ist eine Iskalation, ey! Ich hab zwei Tötler getötet! Nefi ist immer noch! Kann sein, wir wissen wir ja, wer der letzte ist! Ja, dann wissen wir ja, wer der letzte ist! Ja, dann krieg ich ihn dir gelaufen! Wie der letzte ist? Sind alle schon tot? Ja, tot! Und du bist tot! Er muss halt, ne? Eigentlich war nefi. Nils, ich hatte kurz einen nervösen Finger gekriegt! Ne, ich war unten! Äh, Nils? Ja, was? Nee! Nein! Ich will nur sagen, dass wenn du jetzt weggeholt bist, dann bin ich ganz alleine! Oh! 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 Wo kommst du denn her? Hörst du das, Nils? Ja! Der ist übrigens das Geist! Hier schießt einer! Oh, sorry! Bist du bescheuert? Oh! 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 Ja, Entschuldigung! Was haben die anderen Trailer denn gemacht? Juli ist im Feuer gestorben! Juli ist im Feuer gestorben! Juli ist im Feuer gestorben! Jaja! War auch sowas Großes, ne? Oh! Oh! War gar nicht! Ach, ich soll mir wirklich keine Sachen reden! Dann, dann nicht, ne? Ey! Jetzt gleich mehr! Ja, du bist so Instinktoren! Jeder Trailer ist die Grenze! Oh! 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 Ich bin Detective-Kollegen geschossen! Scheiße! Ich hab'n Schaden gekriegt! Was sind doch alle? Ich hab'n Heel Station! Ich hab'n Heel Station! Ich hab'n Heel Station! Oh Gott! Wir sind alle tot! Ey, wer hat die Granate denn an mir gebrochen? Mach' mal ab! Alter! Mach' mal! Ach! Öh! Hat Bozza jetzt einer schossen denn? Nein, ich bin doch hier bei Fisk! Und? Wer ist hier noch? Andere Seite! Ich glaube, trotzdem los! Alter geh'n weg hier! Ja. Ne, viel kommt. Hey Juli! Oder? Was machst du da? Botzer, was machst du da? Das ist mein Raum. Das ist meiner. Hey Juli, koch mir mal was. Nein! Bisschen lucky. Ich koch! Hey! Was, Botzer? Ist das? Jo. Silzer. Kein Leben mehr gehabt. Ich hab grad nen Anruf gekriegt, muss kurz angehen. Hey, Handy ausschalten im Flugzeug. Ja, aber ey, wir können rausfliegen hier. Ich weiß nicht, warum? Ein zwanzigsten Jahrhundert. Jetzt weißt du warum? Oh nein, nicht so jung. Wieso denn? Ich bin rangekommen. Oh, ne Diegel! Geht weg, was die anderen gemacht haben. Die letzte Diegel hab ich gekriegt. Nein! Ich hab die letzte Diegel bekommen. Ich hab einen Weg. Die letzte Diegel krieg den weißen Jungen durch. Was ist da los? Herrgott! Hey, ich krieg den Kopf. Oh nein! Oh Gott! Rusty. Hat eigentlich die Mikro irgendjemand getroffen am Anschluss? Nee. So, Wegfrei. Weg! Ich hab auch... Wir sind leider auf Dalu geschossen und wir sind beide die Techniker geworden. Und jetzt auf, Nefi! Dalu! Dalu it is. Wo? Könnte Dalu sein. Wo ist er? Lass doch mal Dalu weg. Er nimmt Scheiß. Da ist er. Okay. Er ist da auf. Oh Gott, er ist... Nein! 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 Ja! 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 Oh Mann! Die 50 Euro sind gleich groß. Ja! 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 Defi Mensch. Ey, wie vor allem Leit er mir jetzt erwischt haben. Deswegen lieben wir den Erbus hier. Ha! intended... Weck mal. Und... und hassen Nils. Die Preparing dauert meistens länger... Ja! Ja! Ich nehm ne Blume wieder, der Nils! Der kleine Nils! Ha! Hallo! Ha! Hallo! Er hat sich grad Schluss gesehen. He! Ich bin so alt! Wie alt das ist! Neho! He! Ihr verstopft den Eingang! Hallo Fisk? Hallo Fisk? Wenn ich jetzt wette, ist Fisk-Shot. Ja. Da los, raus. Jetzt passiert gleich bum bum bum. Okay, ihr wisst mir euch aufgehalten, das war Nils! Komm mal! Ich verpiss mich. Er liegt am Wochenende. Nils! Aber ich komm jetzt wieder hoch. Ich komm jetzt einfach wieder hoch. Goro! Was denn? Wie, was denn? Ich hab Nils! Wo ist Goro? Ich komm wieder hoch, genau wie John Cena gegen den Undertaker! Nein! Was war das? Hier ist die Jamba! Ja! Explodier! Warte, wie bist du da gestorben? Ne, ne, äh, ne fühl ich nicht. Ne, wir sind da dran. Wir sind da dran. Ich bin, ich bin dran gestorben an deiner Ding. Ich war dein Main. Du wollte nicht tamern. Als du nämlich angefangen hast. Bevor ich dich das erste Mal gettatert hatte, hast du deinen Sand schon angefangen. Ja. Und genau! Deswegen grüße ich, dass du Traitor bist. Dann hab ich gewartet, bis es in Zins ist. Ja, ja. Warum liegt's hier schon ne Leiche? Ich wurde geproppt von der Disco. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist ja ein trauriges. Warum liegt hier eigentlich Stroh? Sag mal, warum liegt hier Stroh? Wow! Gaming! Boah! Boah! Er hat's gefangen! Wie? Ich hab's direkt gefangen. Ne, das war was anderes. Hä? Geh direkt! Geh direkt! Ne, viel! Fahrerfahrer, lauft! Lauf weg! Ah! Fahrerfahrer! Boah! Zu wenig Glanz! Alter, Guru schießt auf mich und satt. Geh mal weg da, Kunde! Geh mal weg da. Geh mal weg da. So. What the fuck! Was für ein Bot zum Schönen da! Oh! Traitor! Weg, 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 weg! Achso, weg da! Oh nein! Julie! 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 Ah, Julie hat ihn nicht. Nein! Oh, scheuert! Sorry. Nils, Detective Traitor. Wir machen das Ganze hier etwas interessanter. Etwas ist gut. Alter, wie viel Feuer hier ist. Ja, echt? Was war das? Was war das? Das hat schon wieder eingekauft! Nein! Er hat es schon wieder getan! Gut, das hat an der Schießgobo. Er hat es schon wieder getan. Du hast erlaubt, das Gobo zu erschießen. Hört das Feuer auch mal auf? Nein, brauche ich. Keine Ahnung. Letztes Mal hast du recht. Ja, dieses auch. Hinter uns ist auch Feuer. Ja, ist mir doch egal. Traitor. Ne, das Feuer hört nicht mehr auf. Hier, Goboil. Feuerlöscher. Kannst du noch ein bisschen weiter gehen? Darf ich, darf ich... Ey, wenn ich in der Nähe dran... Darf ich das wieder neu an, Alter? Ja? Nein! Ja! Ich sag dir nein! Haha! Haha! Ich hab nichts gemacht! Ja, ich weiß auch. Ich hab... Ich hab... Ich hab nichts gemacht! Das war auch ich! Hier, Goboil! Vorher geht nicht mehr... Ne, das geht echt mehr raus! Scheiße! Wer war da jetzt mit dem Fire Matrix? Nils, bist du das? Ja, zündet das gleich mal an, ey! Nils! Nils, zündelt! Nils, du kannst... Für Scanning... Ja, ist ganz viel zündelt. Oh nein, ich hab so wenig Kamera. Ich bin nicht mal... Oh, hallo, oder? Wer hat eigentlich Botzer killed? Botzer, hast mich schon durch Fire gestorben oder so, oder? Naja, jetzt findest du ja keine DNA-Saber. Es leben nicht mehr viele, ne? Fisk ist es... Ja, du, der ich... Und der andere, der noch lebt. Wer lebt denn noch? Ich find's nicht! Kundran ist da unten noch! Guck mal an! Ich bin voll im Feuer gestanden! Fisk und Kundran sind... Weißt du, dass ich hier noch bin? Ich sag Dalu ist es. Dalu ist auch grad das geschmissen. Ja, und? Ich hab noch ein Disco. Kommen wir halt nicht weg. Wegen mir ist auf Go! Brunner hat halt auch was aufgeschmissen. Ja, ich hab... Da lef ich jetzt noch! Letzte Chance einmal durchzuschicken! Nefi ist es, es hat ein Baby geworfen heute! Ja, ich hab nicht weh! Den hast du? Ah, just do it! Fisk geschehen! Scheiße! Nefi! Liegt da hinten jetzt! Da kommt aber noch einer! Oh! Oh nein! Ah, it's on! Oh nein! 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 Was Dalu war's nicht? Wieso soll ich's gewesen sein? Weil du mich getötet hast! Nein! Doch! Du hast mich abgeknallt! Was? Wann denn? Ganz am Anfang mit dein Igel! Hä? Ich hab doch nur auf die Scheibe geschehen! Scheinbar jetzt! Habe ich gern nicht mehr gekauft! Und dann hast du halt Goro auch noch gekillt! Wieso? Ich hab Goro nicht gekillt! Das war Tau Tau! Das war ich, ja! Ich hab... Goro wollte nicht... Sorry Grids! Hab ich nicht gesehen! Hat sich Badano geschossen! Heute killt er mich immer! Dafür profil an Goro werde ich jetzt... Ja, ja! Auch weil ich bin so aus dem Trotz des Robb-Kids! Hallo! Ich werde Nefias! Nein! Ich war doch hier schon 5-Wat-Trigger! Shit! Wo ist meine Mikrowelle? Du hast doch gezahlt! Hört Daniel doch erzählt! Ich kann den Detektor für'n Schritt gucken! Nami war jetzt bin da der Deteshopper ein bisschen verpackt! Wer ist das? Das ist Goro, ja! Was ist? Der hier unten liegt oder wie? Ja, das ist Goro! Ich krieg Schaden! Hä? Wo ist die Mikro hin? Ganz unten! sectore! Gott許! Bodster kam im... Ich habe Schaden aufgrund! Ich habe Schaden! Wie hat mir HASN Beveres mehr drauf gedr OriginheAN! Was soll ich Ihnen schaden? Ich seh alles... Ich seh alles... Bod auf Bodster! Ich wusste es ist Bodster! Nein dann hätt ich hier Goro gekillt! Sch schizophren stretching den ChatGrants! Hä? Ich hätt inte sein und einen Goro gekillt! Bordster auf Bordster und macht den Niko-Bänder auch kaputt jetzt du's? was drehst du's? ich geh da nicht dran Guro Alter jetzt zum nächsten Mal Leute Ciao